und auch mal wollen und einer wo kommt schon wochen stein part in folge neuen glaube ich kann das sein oder stimmt stimmt ich erinnere mich an diese mission werden wir hier letztens aufgehört und ich mag diese stellen nicht die ist nämlich scheiße haben festgestellt erstes tun wir haben auch relativ viel leben das sehr gut also ich denke mal dass es sehr gut ist in der gerade nicht so sicher aber ich gerade denken das ist das schaffen wo ist die gefilte ach du scheiße okay wo waren wir noch mal letztes mal also warum wir wollen wir noch wo wo sind wir noch verreckt ich habe gerade viel leben ich muss das vorleschen ich habe gerade sehr viel leben oh mein gott nein 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 bewegt dich doch charakter nein während du angeschossen wirst bleib einfach da stehen das hast du gut gemacht ich glaube ich werde diese mission niemand schaffen ich bin ich bin immer auf wenn ich müde bin ich bin immer auf wenn ich müde bin diesmal habe ich nicht geschossen das habe ich das habe ich nicht so gut gemacht schnell auch max out ich denke mal dass ich jetzt sterben werde ja tot ein ab hier oh mein gott okay der dicker ist tot aber da kommt gleich noch ein dicker that is the problem bitch gold discovered gold helmet okay weiter ich habe 100 hp wieder das ist gut wo ist der schloss und mein gott du missgeburt ich habe dich gehört Tja Okay Ich habe doch die Jungs, Mann Geh weg, 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 weg Schnell overcharging und jetzt hier rein Da ist der Ich habe dich überhaupt nicht gesehen, du dumme Mistgeburt Ich habe dich tot, nein, nein, nein Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich Verpiss dich, du dumme Oh mein Gott Ich habe den gar nicht gesehen Alter, ich werde es Nein, ich werde es stammen, nee, tschüss Ach du heilige Scheiße, ich brauche unbedingt leben Auch wenn es nur 20 HP oder so ist Ich brauche Leben, ich schaffe das nicht ohne Leben Nee Was ist das? Okay, Rüstung ist auch gut Oh, ich bin tot Ich soll die einfach runterspringen Oh, ich dachte schon Oh mein Gott Ich verauto, ich verauto, ja Ich verauto, oh mein Gott Ich warfache, ich bin Mist geworden Äh, Fenster kaputt Fenster kaputt Ach du Scheiße War das jetzt gescriptet? Soll das so sein? Oder ja, ich denke mal schon Oh nein, 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 nein Das war so klar, irgendwie Aber es ist cool Unim колbe Und wir müssen nach unten Schnell War jetzt der Hund auch nicht Unterricht Ach du Scheiße, wir haben das aber geschafft, schnell Alter. Was passiert da oben? Hä? Wo war die Öffnung? Hä? 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 Die Öffnung ist auf einmal weg. Ah, ne. Oh, das Auto ist explodiert. Okay, gut. Ich denke mal, dass ich da wieder aufschweißen muss. Kann das sein? Oh, ich bin wieder schrocken. Du, Mistgeburt. Oh. Hab ich mich erschrocken. Tch, tch, tch. Do any of you know how to hotwire your car? Oh, nein. Oh, nein. Schießt. Kommt schon. Kommt schon. Also, hier müsst ihr auch lernen. die Messe ich mal ziehen werden hier clean Nazi Soldaten immer Die Zeit nach dem Kreisler-Resistenz-Hedquartner ist kein leichter Weg. Nicht, dass jemand einen schon mal probiert hat. Die Skye sind jetzt im Moment, Glückwunsch für uns. Also, ich würde lieber sterben in der frischen Luft, als in der verdammt Kirche. Okay, du bist jetzt auf der Licht. Das ist ein zwei-partner. Erstens, wir müssen das blind-spot genau aufhören. In der Position. Jetzt! Geh, geh, geh! Das hat er gut gemacht. Ich habe ja schon ein bisschen Angst. Okay, ich jumpe. Oh man. Oh man. Mach es auf. Okay, ich mache das. Das hat das Feuer hier auch unter Wasser funktioniert. Oder Laser. Das ist ein bisschen gemein, jedes kleine Scheiß-Detail hier zu bemeckern. Nein, das Spiel ist aber genial. Das ist saugeil gemacht, finde ich. Ich bin das Spiel echt total cool. Macht echt fun. Und wir sind raus. Ich habe es überlebt. Ich bin überrascht. Hallo, da kenne ich gerade was. Hallo, ich konnte euch gerade eh drücken. Da. Da kann ich aufladen. Okay. Das ist gut. So, ein bisschen Erfolg. Und. Nicht frieren. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Mr. Max! Put him down, Max. Gently. At least, Captain. This is close. He's on our side. Used to be a Nazi, but not anymore. How is this possible? We are in the very center of Berlin. You're hiding in the plain sight. It's the last place they would have got. Will they not hear us? He's on our side. He's on our side. He's on our side. And he has a Nazi tattoo. He's on our side. The shop won't be a little burn. Of The Homer. Was können Sie machen? Kini du ich sie ist den Gäste K K K K K K K K K Was ist denn das mit der? Okay. Ich rede mal. Fine Project Whisper. Finde Projekt Flüster. Ja. Ist das hier? Ach, ihr. Schreibt ein bisschen. Ja. Ach, der Scheiße. Schade. Oh, das ist so genial, dass die Deutschen reden hier. BG Blasco X9060. Ist das hier? Ja. 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 Was hat der denn für eine Störung? Irgendwas anscheinend. Habe ich auch gerade richtig gesehen, dass dein Kopf irgendwie zu einem Viertel ab ist? Ach, das ist mit ihm also nicht in Ordnung. Okay. Aua! Meine Füße! Heiß! Das Projekt Whisper. Brauch ich eine Crowbar. Da ist was! Da ist was! So, ne, warte. Ich soll, ich schlafe erst mal. Erst mal kurz schlafen. Ich will zwar mit Nader Wasser machen, aber nö. Erst mal schlafen gehen. Ich bohne Crowbar. Hell's great! Mond, 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 ja, ja. Nice. Grobar? Grobar? Er sieht so sehr crowbarig aus. Grobar! Oooooohh! Oooooohhhh! Ooooh! Schon bisschen süß. Max, ich brauche wirklich einen Schritt von auf. Max, bitte. Geh zur Seite. Das ist echt wichtig! Max! Komm her! Komm an! Alles in Ordnung. Alles für Gut. Oh, wie geil ist das denn? Er hat gerade versucht, Deutsch zu reden. Das war richtig cool. Das ist sehr wichtig. Cool. Aufmachen, das Ding, hör mal. So, was ist dahinter? Das Projekt Whisper. Warum wird der Wechsel nicht, dass wir das sehen? Wollen Sie mal. So, return to Caroline. Bist du Caroline? Kann sein, oder? Die Nazi-Chatter, aus London, und die nur drei Prototypen in Existenz in der London-Nautica-Research-Facilität, da. Mit Käpt'in Blazkowitsch auf die Team, wir sind endlich stark genug zu streiten, als ihre Operation. Die Tage wie die Rats sind vorbei. Mit diesen Maschinen in unserer Position, wir können irgendwo gehen, woher wir, woher wir. Wir müssen sch�-Zoß passern, um die strivechen, um die Hände zu spät, uns die Hände, um 30대� zu beten. Balls of steel? Ich weiß, dass ich was auf steel habe, ich bin voll hart! Du Missgeburt! Sie dürfen passieren, Heil Hitler! Ich habe Heil dann eine Aufnahme gesagt, das nehme ich zurück. Fickt und tötet Hitler, falls er wieder aufstehen sollte. Ich finde persönlich, dass Hitler der ekelhafteste Mensch der ganzen Welt war. Ja! 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 Ich bin werfeinig! Ich bin werfeinig! beschlüsseln das sieht sie aus wie ein Minigasbrenner sowas habe ich nämlich auch hier ich will ich denke nur dass die Mission jetzt vorbei ist weil es jetzt was anderes eben wie es ist scheiße hallo hallo hat er gerade selbstmord begangen ich glaube nämlich schon ich habe mich gar nicht richtig zugehört ist ja nicht auf das level das sah nämlich extrem geil aus und das war jetzt extrem krass gesteckt ich höre mal was nämlich gefällt aber da ist ein gemeldet das jetzt die Mission war aus jetzt gespielt haben würde ich sagen wir machen um in dieser Stelle in der nächsten Folge weiter Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da Wenn ihr mehr so wollt, lasst ein Abo da Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder Ciao